Wir befinden uns auf der Baustelle des Casinos Zögernitz. Hier soll mit der Eröffnung den Wienern ein Stück Zeit- und Musikgeschichte zurückgegeben werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Mit dem virtuellen Adventkalender wollen wir Ihnen schon jetzt Musik aus dem Casino Zögernitz. Und auch Sie können uns helfen bei drei sozialen Projekten. Näheres finden Sie unten bei den eingeblendeten Links oder unter forum18.at. Aber jetzt die heutige Gewinnfrage. Das weltberühmte Zitterthema ist aus welchem Film? A. James Bond, Der Hauch des Todes? Oder B. Der dritte Mann? Bei dieser Gelegenheit bedanken wir uns bei unserem heutigen Spawneshow.